Ebenso, liebe Schwestern und Brüder, wie man viele Tode sterben kann, kann man auch mehrere Auferstehungen erleben. So könnten wir das von der heutigen Heiligen sagen. Sie ist nicht nur, wie es ihr Lebensbericht sagt, in der Verfolgung durch Diokletian auf bestialische Weise ermordet worden, mit anderen zusammen, sondern es gab Bestrebungen, in unserer Kirche sie noch einmal sterben zu lassen, bei der letzten Liturgiereform. Das war schon beschlossene Sache, dass sie aus dem Kalender weg muss, also ein neues Martyrium, denn auf Legenden wollte man sich da nicht so sehr verlassen. Gleich, welche große Kraft- und Wirkungsgeschichte dieser Heilige entfaltet hat. Aber ebenso, wie ihr Leichnam zunächst verschwunden war nach ihrem Martyrium und einige hundert Jahre später in der Nähe eines Klosters auf dem Sinai, das ursprünglich der Gottesmutter geweiht war und heute uns, den meisten von uns zumindest, vertraut ist, unter dem Namen Katharinenkloster, weil ein Mönch ihre Gebeine entdeckt hat, ihren unversehrten Leib, und man sie in diesem Kloster bestattet hat. So feiert sie auch in unseren Tagen noch einmal, wenn man so will, ihr Martyrium ebenso wie ihre Aufersteher. Das Martyrium hat sie gemeinsam mit den Christen unserer Tage, vor allen Dingen in Ägypten, vor allen Dingen auch auf der Sinai-Halbinsel, denen man nachstellt. Gestern waren es hunderte von Muslimen in ihrer Moschee, die auf der Sinai-Halbinsel getötet wurden. Mit welchen politischen Hintergründen auch immer und wer immer doch die Finger im Spiel hat. Spielt das eine Rolle? Eigentlich nicht. Was eine Rolle für uns spielt? Das Christen seit jeher in dieser Gegend einen hohen Blutzoll entrichtet haben. Wo hat sie ihre Stärke her? Es heißt von ihr, dass ihre Mutter heimliche Christin war. Und sie brachte sie eines Tages zu einem Eremiten in die Wüste. Dort hat sie gelernt, wie man als Christ, als Christin lebt. Und dort wollte sie, offenbar auch nach ihrem Martyrium, dorthin wollte sie zurück. Und seither ist sie wie ein Same, der permanent neue Frucht bringt. Der auch heute tausende von Menschen, die sich dorthin aufmachen, trotz aller Gefahren, die dort lauern, gerade ganz aktuelle Gefahren, die von ihr inspiriert werden wollen. Die nicht nur auf magische Weise ihre Reliquien berühren wollen, sondern die sich von diesem Zeugnis inspirieren lassen. Das gelebter Glaube, Tapferkeit, Keuschheit, Klarheit, eine hohe Bildung, die sie genossen hatte, dass all das zusammen eine solche Wucht entfaltet, dass kein Martyrium dieser Welt dies zerstören kann. Denn in all dem wächst die Kraft der Auferstehung, die Kraft Christi.